Ich bin das Konstrukt. Ich bin sehr mächtig, aber auch sehr vage. Hallo, hallo, ja, hallo. Ja, ja, ich bin Dr. Yes. Hallo, mein Name ist Rolf und ich wollte als kleines Kind schon immer den Mond springen. Das würde ich jetzt gar nicht mal angehen wollen. Hallo. Ich bin der Lutzer. Mein Name ist Sozialist. Hallo, ganz schön. Hallo, mein Name ist Martin Biesinger. Ich habe gerade jedes Schild gesehen. Also ich bin eigentlich, ich habe gar nicht so viel. Ich muss es erst mal sagen, dachte ich damit, das ist erst mal, das ist eine falsche Vorstellung. Ich habe keine Erfahrung als Bösewicht, aber... Ich glaube, ich könnte, das wäre eine Herausforderung für mich, auch mal so richtig böse... Hallo, ich bin der Jens Matzehn. Und ich dachte, es wäre einfach für mich gerade in meinem Leben in dem Punkt, in dem ich bin, einfach gut, auch in eine andere Richtung mich weiterzuentwickeln. Okay, ja, okay. Andere Seite. Ja, vielen Dank. Ich würde mich sehr, ich würde mich sehr freuen. Tschüss. Soll ich den mit... Ja. Ich bin OneFace. Hallo, mein Name ist Taum Elbe. Ich bin die Empörte. Hallo, ich bin der Nackte. Bitte? Wie bitte? Mein Name ist Taum Elbe. Taum Elbe? Hallo, ich bin der Doppelte Largo. Troll? Können Sie das buchstabieren vielleicht? Hallo? Hallo? Ich bin ja Pfleger. Aber was ist denn Ihr genereller Plan, so als Bösewicht? Mein Plan ist es, alles ins Gegenteil zu kehren. Mein Plan als Bösewicht? Welt zerstören, ist klar. Ja, wir zu nein, schwarz zu weiß, Schinken zu Käse. Hi, mein Name ist Lida Fretich. Ich habe gehört, hier gibt es ein Casting abzustauben. Und wer noch weiß, Schinken zu verknappen. Ja, eins. Wir machen das ein natürliche Mal. Ja, ma. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wenn es drin ist.